Hallo liebe Püschis und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video von mir. Sorry, ich habe gerade noch was gegessen, kurz. Na, wisst ihr es? Genau, neues Let's Buy von moi. Wir gehen uns das nächste Jorwigs-Schuh-Urpferd holen. Ich freue mich. Oh, da sind sie auch schon. Und diesmal wird es diese Schönheit hier vorne, die hier, diese wunderschöne Schönheit, Summer? Ghost Pumpkin. Ja, das muss ich mir auch noch mal überlegen. Gibt bestimmt noch ein Pferd, das ich Ghost Pumpkin nennen werde. Hm. Ich nenne sie Royal Girl, glaube ich. Sie wird royales Mädchen heißen. Ähm, aber auch sie wird einen Spitznamen bekommen und zwar wird sie den Namen, Spitznamen Balia tragen. Der stammt auch aus dem Forum, wo ich angemeldet bin. Und, ähm, da ist auch ein Mädchen, die sich halt ziemlich mit einer, äh, die einem Adelsgeschlecht, aus einem Adelsgeschlecht ist und, ähm, deswegen wird sie Balia heißen. Royal Girl, da. Royal Ghost ist natürlich auch ein Name, Royaler Geist. Aber natürlich auch ein geiler Name. Und jetzt lassen wir uns noch abholen. Immer während ich kauere, einfach näher an das Mikro rangehe. Aber nicht schlecht. Ja, jetzt ist mein Essen umgefüllen. Na komm, Samara. Ich bringe mich wieder zurück in den Stall. Da hinten steht sie. Hinten steht Balia. Und ich hatte mir nämlich gerade auch schon überlegt, ähm, was wir für ein Dings nehmen können. Zaumzeug und so ein Kram. Okay, man sollte nicht in der Stallgasse rennen. Das geht nicht. Auf zu rennen. Geht doch. So. Das packen wir mal zurück. Ja, ich weiß, diese ganzen Sonder-Special-Dinger, die sind nicht gerade so das Perfekte. Ich mag, ich mag, ich mag das unheimlich gerne. Und ich denke mal, das sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus, äh, aus, äh, auf Balia. Weil es halt auch viel mit Blättern und so einem Kram zu tun hat. Und in diesem Forum ist die Balia nämlich auch sehr naturverbunden. Hallo, Balia. Sieht doch gut aus. Also, ich finde es super. Unsere Balia, unsere hübsche. Jetzt steht Samara hinten in dem Stall, wo, ähm, Balia gestanden hat. Und so. Oh. Aber auch hübsch. Das ist mega hübsch, finde ich. Ähm. Ja. Ich muss sagen, das ist jetzt hier ein relativ kurzes Video. Das ist unsere Balia. Minus und Kram brauchen wir uns da nicht angucken. Und dann würde ich mal sagen, dann war es das für heute auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja. Wir freuen uns, euch wiederzusehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017